Mein Name ist Rainer Nau, ich bin Diplom-Psychologe, ich bin 66 Jahre alt und wohne in Kirchheim. Und ich kandidiere als Stadtfordender für Bündnis 90 Die Grünen. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ich habe mich schon immer engagiert. Ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher, ich war beim CVJM. Und natürlich beim Studium habe ich mich engagiert. Ich war bei der Bundeswehr eher ein rebellischer Soldat und anderes mehr. Ich habe mich also immer engagiert und natürlich in Kirchheim gegen das Atomkartwerk in Niederwald. Warum trittst du gerade für die Liste der Grünen an? Naja, ich habe mich dort beworben, bin nominiert worden und natürlich ist die politische Ausrichtung mir persönlich bedeutend. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchheim besonders aus? Ach, Kirchheim ist eine wunderbare Stadt. Die ist nicht zu groß, die ist nicht zu klein. Man fühlt sich wohl, man kennt sich noch, kann sich engagieren. Es ist ein gemütliches Städtchen und man hat rundherum Natur. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Das ist eine schöne Frage. Welche nicht? Natürlich, wenn man wie ich schon 34 Jahre im Stadtparlament ist, ist man mit allen Themen betraut, habe viele Dinge neu kennengelernt und ich werde mich immer auf das konzentrieren, was gerade ansteht. Und da muss man abwägen zwischen den verschiedenen Themen und Richtungen, aus verschiedenen Dingen die richtige Lösung suchen. Das macht mir Spaß. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Naja, ich bin, wie ich bin und ich werde sicherlich im Grundsatz auch so bleiben, wie ich alle Jahre war. Und welche Fähigkeiten ich habe, das mögen andere sagen. Ich kann mich nicht in drei Worten beschreiben, will das auch nicht. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Das geht nicht. Oder alternativlos. Es gibt immer Möglichkeiten. Man muss sich entscheiden, abwägen natürlich vorher und dann zu seiner Entscheidung auch stehen. Natürlich kann man sie korrigieren, wenn man schlauer geworden ist, aber geht nicht. Nee, das gibt es nicht. Man kann immer abwägen. Ja, 49 oder Wald statt Asphalt? Ja, okay. Schöne Frage. Ist doch gelutscht, das Thema. Es ist entschieden, was diese Zuspitzung auf diese beiden Begriffe angeht. Ich selbst habe natürlich eine andere Vorstellung, aber ich muss die Mehrheitsentscheidung respektieren. Rechtlich ist es eh entschieden. Aber ich darf vielleicht sagen, eine meiner ersten politischen Dinge, die ich Anfang oder Mitte der 80er Jahre mit zu entscheiden hatte, war als Grüner vor Ort. Wie ist es denn mit der Südumgehung in Kirchhain? Und wir haben damals eine Lösung gefunden. Die ist heute noch tragbar. Wir haben damals nicht die Variante B gewählt. Die wäre nämlich durch unser Schutzgebiet gegangen, sondern die Variante, wie sie jetzt gebaut ist. Und so wäre es auch für die A49 möglich gewesen. Dieser Pol, entweder A49 oder Waldschutz, ist Quatsch. Es geht darum, aus den verschiedenen Anforderungen, die da notwendig sind, die bessere Lösung zu finden. Und die ist leider falsch entschieden worden. Aber das muss ich respektieren. Mit Ortsumgehung wäre es besser gegangen. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Also für Personen würde ich in aller Regel keinen Wahlkampf betreiben wollen. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der nach Themen sucht und mit anderen zusammen im Team Lösungen erarbeitet. Also die Ausrichtung ist wichtig, weniger die Personen. Natürlich gibt es interessante Persönlichkeiten, selbstverständlich. Aber in dem Sinne Wahlkampf machen, das ist nicht mein Ding. Also gerade Personenwahlkampf. Deswegen hängen auch bei uns keine Plakate mit Personen in Gierkei ein. Bei uns hängen die Themen und die stehen im Vordergrund. Und das macht man als Team und entscheidet das gemeinsam. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Naja, jeder soll so sein, wie er ist. Und jeder wird sich engagieren im Rahmen seiner Vorstellungen, Möglichkeiten. Und jeder soll authentisch sein. Und das hat man so respektieren. Und das ist in Ordnung. Und aus der Fülle der Angebote wird hoffentlich dann die beste Lösung gefunden. Leider ist es nicht immer so, aber auch das muss man hinnehmen. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Naja, genau so. Sie sollen so sein, wie sie sind. Sich nicht verbiegen, gerade heraus, offen natürlich. Aber ich werde mir da keine Person heraussuchen. Es ist wahrscheinlich die Mischung aus allen. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik, tun? Sorry, das ist nicht mein Job. Das muss jeder selbst entscheiden. Wir leben in einer Demokratie. Und da muss jeder selbst wissen, was er tut und was er nicht tut. Wenn man sich nicht einmischt, dann muss man sich nicht wundern, wenn andere Entscheidungen treffen. Du hast noch etwas Zeit. Möchtest du noch was sagen? Och, ich finde Wahlkampfzeiten immer so furchtbar. Das nervt. Da hat auf einmal, was im Moment überall in den Medien los ist und welche Versprechungen gemacht werden. Also Entschuldigung, man kann nicht fünf Jahre lang im Vorhinein die Dinge, die in der Kommunalpolitik... Das ist eine gute Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020